hallo und willkommen zu einer weiteren folge fortnite bei uns hier auf dem kanal sofort und gleich ja und heute gibt es was ganz besonderes im shop leute ist der absolute oberknüller da seht ihr es um heidi die liebe meiner jugend die die junge dame von der alm die hat tatsächlich einzug auch in fortnite geschafft also nicht nur der techno wikinger aus deutschland sogar unsere heidi unter allem haben es gepackt ja und jetzt schauen wir doch mal wie die fortnite streamer darauf reagieren die fortnite streamer lieben heidi ja und jetzt guckt es euch einfach mal an ich lasse es jetzt einfach mal laufen hier leute das funktioniert das nicht ich denke es ist einfach wieder die update ich denke die hier rein es ist nicht das zu tun wo ich noch mal das ist aber leider 10 Sekunden später ich habe da sitzen da und warten ich weiß nicht ich hab dir das gemacht Es ist die beste Skin. Sie ist so cute. Mein Name ist Heidi. Ich liebe Deutsch. Er grinst sich einen ab. Er sagt gar nichts. Ich liebe Deutsch. Ich liebe Deutsch. Ich liebe Deutsch. Wenn du einen von denen holst, gibst du nie wie eine Internation. Digga, dass du dein Geld schon gehst. Ich kann machen, was ich will. Guck mal, was ich mit deinem Geld machen könnte. Ich könnte jetzt einfach den Chromium kaufen. Oder ich könnte die Heidi kaufen. Wärst du dann sauer? Oder Ludwig. Stell dir mal bitte Heidi mit schwarzen Flügeln vor. Das war's wirklich komplett hell. Bloß nicht Heidi. Das ist richtig Angst, Digga. Guck dich mal die Heidi an. Guck mal, die hat Bock. Ich hab csar z1 gefeiert, dann nachs irgendwie broke. Also c. 1 2 fand ich auch noch ganz geil, muss ich sagen. also so ein brotkorb ich weiß nicht warum irgendwas macht mich so aggressiv das ist eine kuckucksuhr mann kuckucksuhr also das war es wirklich komplett in die daily items international kommt unsere heidi besser an als bei unseren deutschen streamern gibt's doch gar nicht hier jetzt gucken wir mal wie er reagiert so geil internationales heidi on top we got your girl heidi look at this new shop boys look at this beautiful new shop look at here got my boy ludwig with his clock it's a beautiful thing lapig heidi with her eggs no it's bread in her jar it's so weird what do they got they got pickaxe oooooh that's a pretty glider oops my streamy audio one up there and then fresh dazzle lucky solid flippin chromium chromium that's about it that's about it that is about it alright ready up first of all about you doink oh no oh yes let's go check out cindermis girlfriend heidi 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 oh my god she's so cute this is why i don't buy the battle pass thing oh my gosh oh my god she's so cute she's so freaking adorable guys i'm sledding stop why are you making her have to pee what's wrong with you i gotta go i gotta go oh my gosh heidi heidi macht capoeira ja geil leute so stelle ich mir das vor heidi macht capoeira hey wees capoeira hey wees jetzt sehen wir es aus seiner sicht scissors jetzt sehen wir es aus seiner sicht leute heidi 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 oh my gosh she's so cute this is why i don't buy heidi heidi remember his paypal oh my gosh he's so dodge heidi heidi heidiEHE heidi 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 mega funny Leute ist so geil ich scheiße ist das geil und er natürlich ja natürlich ich liebe ihn ich liebe ihn oh man er darf natürlich nicht vielen DIG WAN meh boom ahhhh all right all right this thing's gotta go though that can get the hell of a ball what's she gonna like without the back goose pretty sure I like that better hmm does this match it does not feel bad all right let's see what I want to wear with this let's wear that but anyways brothers let me go through some young notifications I appreciate y'all thank you thank y'all if you're new to the stream hit that follow button man I'd love for you to come back and chill with the boy you know what I'm saying I appreciate y'all if you want to throw that twitch prime booty back on me just like a lot of brothers just did man yo thank you guys so much for the twitch prime man yo bucky 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 I don't thank you man yo uh thanks take one take one take one take one stop going to me brother what the hell what do you mean okay let's see oh 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 ha 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 oh 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 cool er ist total verliebt yes mm 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 okay mm 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 Hm. Hm. Hm? Mh? Mh... 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 Mh-mh... 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 And guess what? Mh-mh... 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 But I take ol' Mommy right here... Oooh... Goodness gracious... Ja, ich habe den Wikinger-Schild. Ja Leute, also wir beenden dann dieses Video hier mit einer geilen Szene noch hier mit einem Double Rocket Ride, ja, der echt mega nice ist, den ich zufälligerweise noch mit einfangen konnte. Da ist dann auch dieser... Ich höre jetzt einfach mal auf zu babern. So, den zieht er euch noch schnell mit rein. Die Cowboy-Ladies, Riding of the Rocketeer. Almost got him. Ja, okay. About that. Oh god, I'm dead. Ja, das war jetzt hier der Abschluss von diesem Video. Sorry, hat jetzt natürlich nichts mit Heidi zu tun, der letzte Clip, aber den musste ich reinpacken. Nee, fand ich so witzig noch. Das habe ich zufälligerweise noch nebenbei gesehen. Ja Leute, also wenn euch dieser Zusammenschnitt gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet und schaltet das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt Fortnite. Mit mir, dem Herrn gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.